ja herzlich willkommen heute wieder auf meinem kanal heute wieder ein kleines eines video und zwar geht es hier bei mir wie ich drohnen mit wifi verbinden kann und ich habe festgestellt dass bei allen wifi drohnen immer das gleiche immer das selbe prinzip geht und ich habe jetzt auch keine spezielle drohne mit gekauft oder rausgesucht ich habe jetzt eine drohne die ich jetzt da habe und jetzt werden wir uns einfach haben uns gemeinsam angucken also kurz erklären und gehört dass alle drohnen die ihr habt ihr mit dem handy verbindet oder vielleicht ein bild livestream auf dem handy habt das immer ist ja und zwar müsst ihr darauf achten eben das wifi das heißt dass wir das wireless lan das heißt die kamera oder die die kamera an der drohne zum beispiel schon so ein hotel gehabt das war so eine art wifi sender dran gehabt beziehungsweise die drohne selber hat auch ein wifi sender das heißt ihr müsst mit dem handy das netzwerk einschalten das machen wir gleich mal hier habe ich die drohne mit gebracht die es letztes mal gab und jetzt gibt es normalerweise auch die mit wifi ich vermute dass hier eine kamera drin ist die hat eine wifi antenne hier die drohne habt ihr euch auch schon mal vorgestellt hier ist die antenne für den wifi hinten dran die drohne schalte ich jetzt erstmal ein und dasselbe das blinkt und gehe jetzt hier auf mein handy drauf gehe hier auf die netzwerke drauf schalte ich auf die netzwerke ein und lasse jetzt hier die das handy scannen und sehe jetzt hier habe ich wifi 27p offen das ist meine drohne da müsst ihr drauf gehen das ist für alle drohnen ist das müsste das quasi ist das so dass es quasi das handy muss immer die drohnen erkennt dass die drohne als netzwerk erkennen das geht von der dj spark ist es genauso wie für andere drohen hier ist in dem fall es offen ich brauche ich kein kennwort einzugeben bei anderen drohen wie bei der spark hier gibt es halt ein kennwort das ich eingebe und hier gehe ich dann einfach drauf gehen auf verbinden und hier sagt er mir dass er jetzt die drohne verbunden hat dann gehe ich natürlich auf das app drauf sind ob ich überhaupt noch drauf habe weil ich nur durch vorher installiert habe und habe jetzt hier die einstellung das live bild von der kamera also ganz easy sache ich selbst gegen licht hier ganz easy sache und so funktioniert das ganze das habe ich jetzt wie gesagt bei allen drohnen die jetzt mit dem handy gekoppelt werden läuft das so das wird quasi über den wifi sender das dann quasi erkannt wie gesagt das halt netzwerk sind netzwerk aus die drohne ich muss das netzwerk einschalten und kann dann quasi die drohne jetzt zum beispiel kann ich jetzt auch mit dem handy steuern und sobald ich die fernbedienung einschalte hat jetzt die fernbedienung erkannt jetzt kann ich das teil mit der fernbedienung fliegen habe ich quasi das live bild hier drauf ja das war es ganz kurz und schmerzlos zwei minuten drei minuten video und wenn ihr so vorgeht wie gesagt das netzwerk suchen netzwerkeinstellungen das wenn es da schwierigkeiten gibt dann müsst ihr schauen dass ihr vielleicht entweder das netzwerk zurücksetzen oder am handy nicht erkannt habt den code eingeben wenn das wie ein code erforderlich ist in dem netzwerk und dann könnt ihr halt das app was auch nur durch vorher installiert habt das app dann erst anschalten und dann müsste das ganze funktionieren ich hoffe mein video war hilfreich und viel spaß beim tono fliegen passt auf dass man nicht irgendwo drüber fliegt wo leute verärgert haben wie privat fährer also hinter der hohen hecke hochfliegen solche dummheiten bitte nicht machen weil es gibt euch ärger es gibt für uns ärger die wirklich drohnen fliegen lieben und es soll immer noch entspannt bleiben und nicht dass noch mehr verbote irgendwie kommen und uns das drohen fliegen versauern seid mal gewogen bis dahin